Musik In Miltenberg wurde von den Römern Reger Steinabbau betrieben. Die römischen Steinbrüche liegen hinter der Stadt und wurden auch im Mittelalter genutzt. Musik Noch heute wird in Miltenberg Stein abgebaut. Der schöne Buntsandstein war bei den Römern als Baumaterial beliebt. Nahe der Stadt Miltenberg liegt das Altstadtkastell, das bis ins Mittelalter genutzt wurde. Heute ist es ein archäologisches Reservat. Musik Ein weiteres kleines Kastell in Miltenberg und Bürgstadt markiert den Übergang von der Flussgrenze zum vorderen Limes. Musik 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 Musik